Niemand sieht gerne zu, wenn sein Hund sich mit Verdauungsproblemen quält. Du fragst dich vielleicht, wie du deinem Hund in so einem Fall helfen kannst. Durchfall kommt bei Hunden immer wieder vor und vergeht meist von selbst wieder. Hier aber ein paar Tipps unseres Ernährungsteams, wie sich der Bauch deines Hundes schneller wieder beruhigt. Wechsle zu leicht verdaulicheren Zutaten Genau wie bei uns kann eine leicht verdauliche Nahrung dem Verdauungssystem helfen, sich zu erholen. Wenn dein Hund schon an sein Futter gewöhnt ist, ist das normalerweise auch okay. Aber führe keine neuen Leckerli oder anderes Futter ein. Du kannst es auch mit Vollkornreis und gekochtem Hühnchen, weißem Fisch, Nudeln oder Rührei versuchen. All das ist sanft zum Magen. Reduziere seine Portionsmengen und füttere mehrere kleine Mahlzeiten pro Tag. Auch das kann helfen, seine Verdauung zu beruhigen und den Kot zu normalisieren. Stelle sicher, dass dein Hund immer ausreichend Wasser zur Verfügung hat. Denn durch den Durchfall verliert er möglicherweise mehr Flüssigkeit als gewöhnlich. Gönne ihm viel Ruhe. Genauso wie wir braucht dein Hund viel Ruhe, wenn es ihm nicht gut geht. Vermeide allzu anstrengende Aktivitäten und gebe ihm Zeit, sich zu erholen. Arbeite daran, dass das Kommando aus gut funktioniert. Für Hunde, die gern alles verschlingen, kann das hilfreich sein, damit die Verdauung nicht zu sehr belastet wird. Wenn sich der Zustand nicht ändern oder sogar verschlimmern sollte, kontaktiere am besten deinen Tierarzt oder deine Tierärztin.